Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute werde ich mit Doli Persisch reden, weil der hat ja letzte Woche mit mir Türkisch geredet. Ich habe Angst, weil mein Persisch ist Katastrophe. Doli ist ja halb Perser, halb Türke, aber er kann nicht so gut Persisch. Ein paar Sachen versteht er. Deswegen wird es, glaube ich, für dich wird es leichter als für mich. Ja, ich denke auch. Hoffentlich. Ah ja, was ich vorher sagen wollte, Leute, mein Persisch ist nicht gut. Also ich verstehe alles, aber mein Problem ist, dass ich immer auf Deutsch antworte, wenn Leute mit mir Persisch reden. Deswegen spreche ich nicht so gut und mir fallen die Wörter nicht ein, wenn ich selber reden will. Aber wenn andere sie sagen, verstehe ich alles, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde mein Bestes geben. Ready? Cool job, ihr Lieben? Einwohnermeldeamt. Bei Notchie? Weil ich meinen Pass verlängern muss. Was ist los? Also Michael? Ja, komm, du noch fragen, was willst du essen? Darum fängt mich an. Mir ist egal. Manche Nürnberg nehmen mich noch Samtaboye, Begnen. Ja, wie viel dich schon machst. Bitt so Türkisch, bitt so Erdnack. Tocchi, Michael. Wohin? Na, Tocchi, Michael. Tocchi, Michael. Ah, wo ich hingehen will? Achso, ich habe schon Bock auf Türkisch. Adana? Du Adana, Michael. Der Hintergrund kann besser als ich auf jeden Fall. Ja, ich bin ganz. Ich war halb Iran. Nein, ich bin kein Belleran. Ich auch kein Belleran. Ich bin kein Belleran. Wir gehen auf jeden Fall jetzt ein Passfoto machen. Und ich bin gerade richtig unter Zeitdruck. Weil ich muss meinen Pass verlängern. Und wir gehen bald in den Urlaub. Und ich habe wieder mal an nichts gedacht. In einer halben Stunde ist mein Termin. Einwohner Meldeamt. Und ich muss noch ein Foto machen. Echt? Alles, geht's dir nicht gut? Ich mache schön Foto. Bis gleich. Hora fest. Hora fest. Deniz. Ja. Hordes nahte? Ja. Ja, ich kann. Burger. Burger? Das ist ein großer Burger. Wo ist es? Bei mir ist es. War es so schön? Ich kann mich bei Autoren. Ist das so schön? Ja. Das ist so schön. 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 Schöne es? Ja. Amen. Passt du? Ich möchte etwas beden. Ich möchte dir etwas beden. Ich möchte etwas beden. Du willst mir etwas beden? Nein. Du willst? Nein, du willst du? Ich habe am Mama zu beden. Nein. Du willst mir meine Mama zu beden. Du willst mal mit meiner Mama essen gehen? Nein, wir kommen jetzt in die Küche. Du willst Blumen kaufen? Du willst meine Mama Blumen kaufen? Das ist unfair. Ups. Der Name ist Dard. Dard? Warum? Warum? Es ist gut, du hast keine Dard hier. Dard? Problem? Nein, Problem. Dard bedeutet Dard, ich habe ein Problem. Nein. Ich verstehe. Wie tun Sie das dann bei Bussi? Bussi? Bussi was? Das dann bei Bussi. Was dann? Mann! Ich verstehe. Hallo! Wie ist denn? Wie ist denn? Ich verstehe. Ja. Sie wissen nicht, dass Sie die Hände gehen? Ich verstehe. Ich möchte, dass Sie die Hände gehen. Kunde? Alex... Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Die Welt gehört dir. Ich hab schon. Ich hab Reserve. Soll ich halten? Und jetzt? Okay, bis gleich. Du bist was? Du bist hierher gekommen. Du wolltest nicht das? Ach so, wir sind jetzt hier, wo du nicht wolltest. Na? Ich weiß nicht, was ich essen soll. Hey, das ist schimmelig. Was soll ich aussuchen für dich? Soll ich aussuchen für dich? Was willst du, Burger? Ah, Nudeln. Eis! Dennis! Du willst danach ein Eis haben? Nee! Hast du ein Eis? Der kann besser als ich mich ans Land. Check. Der Junge kann schon Persisch, Türkisch und etwas Englisch. Ein bisschen Englisch. Thema bis hin? Weiter. Falsch fix. Check. Was sagst du? Du bist willkommen Nein Du bist so wie Begur Auf iranisch? Begur? 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 So Leute wir waren jetzt bei einem Freund von mir haben ein bisschen entspannt was getrunken auf jeden Fall sind wir jetzt Richtung Stadt gefahren die überlegen hat wo wir hin können wir wissen aber nicht wohin Was sagst du? Wir kommen jetzt Sart Wollen wir schon was trinken können? Entspannt? Bade weil jetzt Sart Nochmal Sart Sart heißt auf türkisch hart Sart 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 hier Angst? Jetzt Nochmal Du willst nicht trinken? Ich will ein paar Ziele 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 Ja Ich will ein paar Ziele Es ist nach 18 und ich will nicht nach 18 und nicht mehr Wenn du deinen Kasten wirst du nicht mehr damit Aros-Khanum 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 ist das? Ich will keine Frau Nein Nein Aros-Khanum Prinzessin Prinzessin Aros-Khanum 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 Anfänger Ich will eine taille Tschüss Wir sehen uns Dole Nein 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 Gse Nein 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 Ich gehe Ich gehe Warum Du willst Nein 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 Danke Danke Ich liebe dich BZMUWZ Bis zum Mund und wieder zurück 100 Gramm Wie viel? Keili Keili Das ist genug für mich Doli Gushot Heili Kuchuluan Was? Mein Kopf? Gushot Gush Was ist klein? Gushot Gush... 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 Meine Ohren Die sind extrem klein, ich weiß Mein kleiner Bruder ist 6, der hat keine größte Ohren als hier Aber... Weißt du was? Wir können eigentlich das Video hier beenden Weil ich habe Wie Prozent habe ich verstanden? Auf Persisch bitte Ähm... 60, 70? Da 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 80? Da 80% Da Da Ich habe mich gut geschlagen, ne? Mhm Aber du bist jetzt keine Türkinin Ich bin halb Perser Von daher bist du eigentlich sogar der hellere Kopf Weil du bist meine Freundin Ja Du bist die Beste Wie tun am Allmann die Herzbezahna? Jetzt kannst du Deutsch reden, ja Mein Persisch ist nicht so gut Oh, ich habe deine Stimme vermischt Ich muss einen Monat in den Iran oder so Du verstellst deine Stimme Persisch nicht Nein, das stimmt nicht Okay Okay, dich auch Hat das jetzt nicht schmeckt? Ja, aber okay Ähm, wir hoffen der Vlog hat euch gefallen Ich weiß, der ist wahrscheinlich nicht so gut geworden Wie der letzte Woche Weil ich einfach nicht so flüssig im Reden bin Wie Doli im Türkischen Aber wir hoffen trotzdem, dass er euch gefallen hat Und wir freuen uns auf nächste Woche Und schreibt in die Kommentare, wer sich besser geschlagen hat Ja, und nächste Woche kommt dann der erste Türkei-Blog Also freut euch darauf Wir freuen uns auf jeden Fall Wir lieben euch alle Und wir danken euch nochmal Für dieses positive Feedback Und für diese Unterstützung auf allem Ich liebe euch alle Ich liebe diese Frau so krass Bye Bye, bleibt gesund